Hey Leute und heute hier live aus dem Polizeiauto und ich bin hier mit meinem Auto gefahren auf dem Leitbanker drauf und kam mir gar nicht mehr runter und jetzt keine Verarschung jetzt hier der Polizist ja das ganze Zeug vergessen da im Auto und das sieht das ja nicht und da kam ich da im Auto gar nicht immer runter von der Leitplanke da habe ich gewartet dass die Polizei aber es gibt ja so wirklich so nette Polizisten ja auch jetzt in Niedersachsen und ganz anders da war das ja Mallorca ja gar nicht dass die mich nicht hier blau und grün geschlagen haben das verstehe ich nicht und ja ich bin mit dem Auto gefahren und ein bisschen schreckhaft jeder rechts gezogen da habe ich gewusst dass da auch ein anderer losfahren gell und baff da war auf der Leitplanke da kam ich schon runter und hab ja eigentlich nur so ne ja aber ich habe so ne tolle Polizistin kennengelernt Wahnsinn wenn ich jetzt das fünfte Mal vielleicht heirate oder so also dann nur noch die die fährt jetzt auch gerade hier den Bulli da gell und so Wahnsinn so ne schöne tolle Polizistin da und ich hatte nur so nen Auftritt da gehabt da so schön und wollte eigentlich nur nach Hause fahren und äh war ja auch zu Hause mal kurz da und aber meine Frau war nicht da und äh da kann ich überhaupt nicht drauf da irgendwie nur das wird Zeit dass ich mich von der ollen trennen da die geben mir so was und sagt da und so und scheiß auf dem Führerschein ja es wird bestimmt mal eine schöne Frau geben oder ganz viele schöne Frauen die wo mich dann ein bisschen da durch die Gegend fahren und ja und ja das war es jetzt hier vom 22.07 hier Video live hier Adios Adios